Hey Anna! Och die machen wir platt! Geil! Mir geht gleich an der Arm! Das ist ja nur ein Durchspiel, oder? Was? Das sind wir, glaube ich, bei Normalwetter? Naja, aber da musst du hier mehr draufstellen, dann geht das doch auf den Reifen, oder? Ja, gut, nicht vor allem das für mich, aber... Haha! Gegenstrübe ich dich nicht zu, oder warum macht das nicht so? Ah...